Freunde, seid die Grüße zu dem neuen Video. Mal wieder aus dem Dacia. Denn wir wollen mit zwei Mini-Campern, ihr habt das Video jetzt wahrscheinlich schon gesehen, von dem Caddy-Ausbau, wollen wir nach Marokko fahren. Das sind hin und zurück 8.000 Kilometer und das zu fünft. Ich bin gespannt, wie das vor allem zwischenmenschlich wird. Ob wir danach noch eine Familie sind oder ob sich das dann erledigt hat. Aber ich denke schon, dass man da auch als Familie auf jeden Fall dran wachsen kann. Ich denke, das ist eine riesengroße Herausforderung. Wir sind alle mega aufgeregt und freuen uns. Haben jetzt die ganzen Tage schon die Autos gepackt. Und man darf nicht vergessen, das sind auch zwei alte Autos. Milka's Caddy ist 15 Jahre alt, hat 200.000 Kilometer runter. Der hat nur 160.000 Kilometer runter und ist irgendwie sechs Jahre alt. Ist noch nicht so alt, aber die Laufleistung ist auch schon ein bisschen höher. Wir waren nochmal beim Service, bei der Durchsicht und so weiter. Und ja, wollten dann sechs Wochen lang mit dem ganzen Gerödel unterwegs sein. Da nicht bloß mit fahren, sondern auch quasi die Reise erleben. Der Weg ist ja bekannt nicht das Ziel, das ist wirklich so. Also ich fühle diesen Spruch. Und wir wollen den Autos halt auch schlafen, kochen, leben, essen, halt alles so machen. Ab und zu soll mal ein Campingplatz drin sein. Aber das werdet ihr dann ja alles sehen, weil ein bisschen Filmen will ich dabei auch definitiv. Wir werden auch einen Stream machen, mal gucken. Weil ja, ihr seht schon, Nummer 5 steht da. Dieses Streaming-Thema hat mich schon ganz schön angefixt. Ja, auf jeden Fall, wenn wir uns gut beschäftigen, die ganzen Autos zu bepacken. Hier unten habe ich tonnenweise Kartoffeln gestapelt. Die mussten alle doch weg. So, auch der Schieber hier, der ist voll mit Brot und mit allem möglichen Quatsch. Dann kennt ihr ja das Spiel, hier oben ist alles voll geladene. Der Kühlschrank, der ist bis oben hin voll mit Fressalien. Hier darunter ist auch bis oberkante Stehkragen in der Kiste alles voll mit Fressalien. Sogar hier steht noch was. Davor liegt noch ein bisschen Gerümpel, was ich alles noch wegbringen muss. Einfach damit wir so eine Reserve-Strom-Versorgung haben und nicht darauf angewiesen sind, dass alles hier funktioniert. Die wird halt beim Fahren dann auch einfach komplett mitgeladen. So, guckt euch auf die Dachbox an, voll. Wir fahren ja auch mit einem Säugling halt und da sind viele Windeln dabei und Feuchttücher, weil die soll man angeblich nicht so einfach kriegen im Ausland. Das ist halt auch nochmal eine große Herausforderung. Wir haben einen kleinen Kreer dabei und mit dem so eine Reise zu bewältigen, das wird glaube ich auch nochmal extra spannend. Der ist jetzt ja wie sechs Wochen alt. Ich bin sehr gespannt. So, alle Autos sind fertig gepackt. Die ganze Bagage ist auch eingeladen. Kreer Bernd geht auf große Reise. Ob wir danach noch eine Familie sind, ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall spannend und wir freuen uns sehr viel. Wir verkaufen René in Afrika. Dich vielleicht. Und wir verkaufen René in Afrika. Bei mir muss ich auf jeden Fall nochmal nach dem Reifenluftdruck gucken, weil das sieht alles irgendwie ein bisschen komisch aus. Und in der Tür steht ja hier auch irgendwas von 2,9 beladen halt. Auf geht's, 8.000 Kilometer. Da unten steht schon die Power Station, die lädt schon fein direkt nach über den Wechselrichter. Witzig, jetzt war ich gerade hier nochmal Luft auffüllen an der Jet. Hier sei die Luft kostenlos. Ich war davor, als ich die Reifen gewechselt habe, bei der Aral Vollmachen vor zwei Tagen oder so. Und da habe ich mich schon gewundert, dass die Reifen so durchhängen. Also das sah für mich aus, ich habe schon gedacht, die Reifen sind kaputt oder so. Aber im Endeffekt war dieses Scheißding an der Aral, wo ich noch Geld bezahlt habe für Luft, einfach nicht richtig geeicht. Das hat überall 300 Millibar, also 0,3 Bar, zu wenig, also zu viel angezeigt sozusagen. Und wir haben uns hier so ein paar billige PMR Funkgeräte geholt, um uns während der Fahrt zu unterhalten und quasi Dinge absprechen zu können. Und der Witz ist an der Sache, ich hatte vorher die teuren Motorola Funkgeräte, die waren richtig scheiße. Du konntest dich im Auto nicht unterhalten, auch bei 300 Meter Abstand, worum auch immer. Du hast nichts verstanden, ne? Und die billigen Scheißdinger für 30, 40 Euro oder sowas, die funktionieren sowas von genial, auch durch Wände durch und so weiter. Billiges chinesisches Funkgerät, tausendmal besser als Motorola. Ich habe gedacht damals, okay, kaufst du Markenware, Dreck ist es, ne? Und das Ding ist so geil, wir können dann halt wunderbar bei der Fahrt uns absprechen. Jetzt reicht es, links, wo bist du und so weiter halt. Finde ich geil. Ich bin so aufgeregt. Schon praktisch mit der Powerstation, so habe ich jetzt fast 3 Kilowattstunden Energie dabei. Und das wird schön per Solar und beim Fahren alles zusammen nachgeladen. Und da haben wir für alle, für Laptops zum Arbeiten und so weiter. Milka muss unterwegs ja auch arbeiten und ich ja auch ein bisschen. Und von daher ist das gut genug Strom dabei. Man weiß ja nie, wo man ist und so weiter, ne? Vielleicht gibt es ja auch ein Blackout halt, ne? Das ist ja momentan in der energie-technischen Europa alles nicht so geil. So, jetzt geht es erstmal zum Container, denn ich muss diesen ganzen Scheiß noch loswerden hier. Ich sage es euch, das könnt ihr euch nicht ausdenken, weil ich habe das Auto aufgeräumt. Und das erste Mal, also auch die ganzen Kisten und Dachbox nach, weiß nicht wie viele Jahren, was da an Dreck und Zeug rauskommt, was man mit so einem kleinen Auto alles versenken kann, das könnt ihr euch einfach nicht ausdenken, ne? So, aber jetzt ist wieder richtig alles tutti, alles optimal ausgenutzt. Die Dachbox ist komplett voller Windeln. Habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt, oder? Tja, mit Säugling halt, ne? Also, wir sind uns bewusst, dass das nicht einfach wird, dass es eine Herausforderung wird. Aber ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache für die Kinder, denke ich mal, sowieso besser als irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen und dann so ein Pauschalurlaub machen. Und, ja, ich denke, da kann man als Familie daran wachsen, natürlich auch sicherlich kaputt gehen. Aber wir sind ja irgendwo auch frei und flexibel. Also, wenn wir sagen, okay, du, das gefällt uns nicht oder es geht irgendjemandem schlecht, dann können wir jederzeit halt umdrehen und zurückfahren, ne? Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das mit der Hitze wird. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Hitze, deswegen fahre mir normalerweise, also ich normalerweise immer in den Norden. Ich fahre übrigens dieses Jahr wahrscheinlich noch mal ans Nord Cup im Winter. Ich kann es kaum erwarten, mal gucken, ob das klappt. Ansonsten aber auf jeden Fall hat Milka da einen Freund, weil die Frage auch oft kam, warum wir in den Marokko fahren. Milka hat da einen besten Freund, den sie gerne mal besuchen möchte, den Klein mal zeigen. Ich fahre selber auch noch nie in Marokko, also mich würde das schon mal interessieren. Und auch, ich würde auch gern sagen, der Dacia war auf dem afrikanischen Kontinent, was ja auch so ist, was damit zwar keiner so richtig verbindet, aber am Ende ist es so. Und es ist halt auch mal was anderes, mal zu sehen und zu erleben. Und wenn wir so durch die Mitte von Frankreich und Spanien fahren, denke ich, dass wir da auch auf jeden Fall schöne, ruhige Ecken finden werden. Wir wollen ja nicht die Touri-Regionen mitnehmen, sondern halt wirklich schön mitten durchs Land, wo so weniger los ist, ne? Also da bin ich schon sehr gespannt drauf, ne? Und ob ich am Ende sage, nie wieder Frankreich, nie wieder Spanien? Oder ob ich sage, ja, war eigentlich ganz cool? Und auf Marokko bin ich wirklich sehr gespannt, ne? Das ist ja dann schon wieder mal ein bisschen eine andere Welt, halt, ne? Wir haben ja insgesamt sechs Wochen Zeit. Und die Idee ist, zwei Wochen hinfahren, da alles abgrasen, da zwei Wochen in Marokko bleiben und zwei Wochen zurück. Und ja, da haben wir eigentlich relativ wenig Kilometer zu fahren. Das müsste eigentlich ganz gut klappen, auch mit dem Kleen so. Beim Autofahren ist er meistens relativ ruhig, da zwei, drei Stunden kannst du mindestens durchfahren, bis er gestellt werden muss. Und ja, wir werden, wie gesagt, ab und zu mal Campingplatz mitnehmen, wollen auch frei stehen. Das ist ja das Schöne jetzt mit den Autos, so wie die sind, ne? Hätten wir ein Dachzelt genommen, wie wir es erst vorhatten, wären wir viel zu auffällig gewesen. Oder wie wir es noch weiter davor vorhatten, mit einem Anhänger, da wären wir noch auffälliger gewesen. Und das wäre alles noch viel beschissener gewesen, mit so einem Anhänger bis nach Marokko. Die Autos so fahren sich einfach so viel besser halt, ne? Und du bist so viel unauffälliger. Und wir haben die Ressourcen genutzt, die wir hatten, ne? Den Kettchen ein bisschen ausgebaut, kaum Geld ausgegeben. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen höhere Spritkosten, ne? Aber im Endeffekt ist das für unseren Use Case, glaube ich, die allerbeste Lösung momentan. Und vor allem, wenn du mal schnell einen Wochenendtrip oder sowas machen willst, ist es mit den beiden Autos auch viel einfacher zu bewerkstelligen. Als wenn du da irgendwie erst mal irgendwo so einen Anhänger herholen musst und anhängen musst und diese ganze Scheiße halt, ne? So. Und das vom Gefühl her hat mir das mit dem Anhänger nie so richtig gefallen. Das ist eine geile Lösung hier. Wir werden mal sehen, wie praxistauglich das ist. Aber ich denke, das wird sehr, sehr gut funktionieren. Und, ähm, tja, ihr werdet es ja mitbekommen. Milka's Caddy verbraucht so ungefähr 8 Liter Benzin. Und ich bin jetzt so bei ungefähr 5 Liter Diesel. Also alles wie gehabt. Der Unterschied ist nur, dass ich früher den Docker für 60 Euro vollgetankt habe und jetzt für 100 bis 110. Das ist schon krass, Alter, ey. Also die Reihen Diesel- und Benzinkosten auf der Reise für 8000 Kilometer kann sich jeder ausrechnen. Und da ist ja noch kein Verschleiß und nichts dabei. Das ist schon krass halt, ne? Und das ist, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange. So was. Und das, na, wo gibt es denn? Naja, irgendwie so. Im Übrigen habe ich mich nochmal impfen lassen müssen. Da, ähm, die dritte Impfung quasi, die wollte ich mir eigentlich sparen. Aber das ist so, wenn du dann in irgendwelche Kneipen rein willst oder du wirst kontrolliert, wird es halt ohne gültiges Impfzertifikat in der Handy-App halt schwieriger. Und deswegen habe ich es nochmal gemacht, ne? Ja, ich bin ein bisschen müde gewesen, der Körper fühlt sich so ein bisschen an wie erkältet und ansonsten tut dir der Arm weh, das Übliche halt so, ne? So, ich fahre jetzt gerade auf die Autobahn. Und da kannst du dann theoretisch auch schon auf die Autobahn fahren und ich werde dich dann schon einholen. Nachts bei dieser herrlichen Dämmerstimmerung und bei Rotlicht zu fahren im Auto. Also mit diesem Rotlicht-Ambiente bei dieser Dämmerstimmerung nachts Auto zu fahren, ist einfach nur das Beste, ne? Also es gibt einfach nichts Schöneres. Naja, sagen wir mal so, nicht viel Schöneres. Unser Ziel heute ist Nürnberg. Jetzt sind wir schon ungefähr 200 Kilometer gefahren. Jetzt sind wir ungefähr 250 zu fahren. Ich liebe den Blick hier nach vorne raus. Da vorne sind überall diese ganzen Windräder, die rot blinken. Ihr seht es wahrscheinlich nicht. Also jeder, der die A9 kennt, kurz in der Leipzig, der sieht das. Und dann sieht das vorne ungefähr so aus wie hier. Dieses herrliche Rotlicht-Ambiente. Ein Träumchen. Und wer weiß, wie lange das mit dem Reisen so überhaupt noch so gehen wird, ne? Also ich denke, der Individualverkehr wird zuerst nochmal weiter eingeschränkt werden. Und ja, keine Ahnung, was noch so politisch und so alles passiert. Also das ist auch ein Grund mit, warum wir uns jetzt nochmal entschieden haben, die Reise zu machen. Jetzt wird der Kleene auch noch so klein. Es passt mit den Ferien. Das war ja, wie gesagt, wieder mal ein Schnellschuss. Und ja, ich glaube, es wird erstmal nicht viel besser werden in der Zukunft. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass wir das jetzt einfach machen. Das sind so unglaublich viele Windräder, das kann man sich gar nicht ausdenken. Da Rotlicht, hier Rotlicht. Ach, der Mond, der ist heute auch wieder ein absoluter Traum, ey. Jetzt haben wir uns ja gerade nochmal kurz einen Kaffee geholt und snacken so ein paar Würstchen. Werden erst irgendwann um zwei, denke ich, mal ankommen. Und Milkas Rotlicht-Mobil sieht auch voll witzig aus, ne? Oh ja. Endlich auch Rotlicht-Difiziert, ne? Ja, jetzt immer die Rotlicht-Gang. Ja, die Rotlicht-Gang. Ne, der McDonalds hat mich auch schon ganz blöd angeguckt. Das sieht ja bei mir, wenn das alles von vorn oder von außen sieht, das ist ja richtig klar rot aus, halt so, ne? Ja, ich denke mal, eine Kürbisbude kommt angefahren. Definitiv. So, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach unserem ersten Schlafplatz. Ich bin gespannt, wie alles funktioniert. Haben wir uns, wie gehabt, bei Park4night rausgesucht. Der soll ja irgendwo in der Nähe sein, da ist irgendwo auch noch so ein komisches Ruin oder irgendwas. Milka ist ja Archäologin, die will sich da irgendeinen Erdhaufen angucken, wo Protonscherben verkrabelt sind oder irgend sowas. Bin ich schon mal gespannt drauf. Und ja, mal gucken, wie der Parkplatz ist, den sie rausgesucht hat. Ich finde es total toll, dass sie sich da um die Plätze gekümmert hat und so weiter. Das ist eine sehr große Schwäche von mir. Ich war meistens, da waren wir irgendwie blind drauf los. Und sie blinkt, das heißt, wir sind gleich da, so wie sie aussieht. Oh, das sieht ja gut aus. Oh, das sieht ja gut aus. Sehr, sehr schön. Na ja, rechter Hand ist der Platz. Das ist cool. So, wir haben es geschafft. Platz zeige ich euch morgen früh. Jetzt bauen wir schnell die Betten auf und ab in die Haier. Wir sind total fertig. Es ist irgendwie 2 Uhr 11. Es ist praktisch, wenn man eine Taschenlampe an der Ohr hat. Also einen sehr, sehr schönen Platz hast du rausgesucht. Jetzt bauen wir noch schnell hier die Rotlichtviertel auf. Dann hängen wir unser Schild dran. Open. Dann wollen wir ein bisschen Geld verdienen für die Reise. Und na ja. Erkennen wir man schon, der Rot, der Rot. Das ist schon etwas auffällig. Ich bin ja mal gespannt, wie wir das erste Mal jetzt hier drin pennen können, ob das gut klappt. Oh ja. Ja. Die Kinder sitzen da vorne und pennen einfach mal eben, alle drei. So. Jetzt muss man einfach alles hier runterräumen und dann können wir den ganzen Quatsch einfach umklappen. Wir haben gerade festgestellt, dass es schlauer ist, erstmal mein Auto aufzubauen, weil die Kinder pennen hier drin. Dann können die hier reingehen und dann bauen wir unseren Ruhe auf und dann müssen die nicht draußen rumstehen. Das erste Mal, dass wir jetzt zusammen mit dem ganzen Geröten unterwegs sind. Und dann müssen wir halt auch erstmal gucken, wie wir miteinander klarkommen hier. Und was so das Beste ist, dann muss ich sozusagen erstmal eingrooven. So, ein fertiges Schlafhöhlen Nummer 1. Dauert ungefähr eine Minute. Kräer, Bernd, wie hat deine Rabenmutter dich denn abgedeckt hier mit der Mütze? Was ist denn da los, du kleiner Zwerg? Genau, das ist natürlich nur, jetzt müssen die Matrans halt erstmal einmal kurz raus und dann können wir den ganzen Scheiß hier einmal nehmen und umklappen. Oh, die Sitze müssen noch vor. Und man kann ja schon mal die Polster drauf tun, so hat man auch übelst geil in Couch-Mode halt, ne? Wenn man irgendwie mit der Heckklappe am Meer steht, ne? Dann die Polster drauf da und dann kannst du übelst, also ist schon... Oder vor einem Misthaufen. Also für so einen Tagesausbau ist das gar nicht mal so übel geworden, oder? Das ist großartig. So, jetzt kommt hier noch schön das Bettlaken drüber und schon hat man eine scheinlich gemütliche 1,80 m x 1,15 m große Ligafläche. Weil der Zahnarsbesuch schmeckt dann. Eine gute Nachtumarmung, die kriegst du gleich. Okay, Herr Bernd, wir sind gleich fertig mit Aufbau. Das kannst du doch niemandem zeigen, der arme Junge. Aber das hat alles einen praktischen Grund, ne? Also zum Beispiel das hier ist so ein Lappen, der riecht nach der Mama, ne? Und das Dettamark-Lappen, die nach der Mama riechen, ne? Ja, der riecht einfach nach Kotze. Und da kann man noch bisschen frische Luft schnappen, die haben wir kleines aufgebaut und dann geht's ab. Das ist halt auch schön praktisch jetzt hier, ne? Jetzt kommt man hier noch gut ran und das ganze Krempe auf und das Bett aufgebaut ist. Und es ist extra so gebaut, dass hier exakt noch ein sixer Wasser hinkommt. Ja, das ist aber echt, das ist aber echt pure Zufall halt, mal so gewesen. Das ist wieder so ein Triage-Zufall. Ja, einfach nur, ob der Couch war auch Zufall. Ja, wie schön das aussieht, oder? Das finde ich wirklich schön. Wir sind so, da hat jeder eine Kiste, hier hat die kleine ihre Kiste und die große ihre Kiste und ich habe hier meine Tasche und hier so das ganze Auto gerümpelt, was ich so brauche. Da sind über 100 Liter Stauraum hier drin, das ist ziemlich gut. Dann haben wir hier noch unsere Gählchen und das ist so schön. Ja, ich bin gespannt auf die erste noch. So, und schon ist Kuschelhöle Nummer zwei fertig. Also die Aufbauzeit ist sicherlich noch verbesserungswürdig, aber ich schätze mal, wenn man geübt ist, brauchst du fünf Minuten für beide Autos und dann ist die Sache durch. Wir haben uns ja, wie gesagt, noch die Regals zusammengeschustert, dann hat ja jeder hier so seine Leseleuchte dran und ja, heute ist es so kühl, da brauchen wir nicht mal einen Ventilator. Und Milka hat dann hier noch so eine Dinger, so eine Thermomatten dran gemacht und ja, die verdungeln das und die schirmen das Sonnenlicht dann am nächsten Morgen halt auch gut ab. So, Crea-Bernd, du kannst dich schon mal hinlegen hier, du kleiner süßer Sack, oder? Ja, du kleines dickes Schweinchen. Crea-Bernd, deine erste Nacht im Camper. Ja, was sagst du denn dazu? Hast du Bock? Das Coole ist halt auch, dass er beim Autofahren total ruhig ist, also der ist nicht immer so ruhig, ist klar. Also Babys, die können auch ganz schön anstrengend sein und ich bin auch schon an meine Grenzen mit ihm gekommen, weil wenn so ein Kind mal ein, zwei Stunden schreit, richtig heftig, das ist schon übel. Aber beim Autofahren ist das so unglaublich ruhig, oder? Und ich glaube, er hat Bock auf Camping, so wie das aussieht, würde ich mal sagen. Hat er Bock auf Camping? Hat er Bock auf Camping? High five? High five Crumpy Joe! High five! High five! Du bist dieser Sack, du! Das hat dich schick angezogen, oder? Hier in der Ecke ist unsere kleine Mini-Stromversorgung, wo einfach eine große 60 Ampere Stunden Powerbank ist und das ist noch eine Mini fürs Rotlicht und die werden da hinten direkt über eine 12-Volt-Buchse geladen und versorgen dann Handys, Licht und so weiter. So, schon hat man es sich gemütlich gemacht. Und es ist krass, wie viel mehr Platz das im Gegensatz zum Docker ist, oder? Ja. Also da kann man ja absolut problemlos drinnen pennen, das sind jetzt 1,15 sag ich mal, aber gut, du hast unten in dem Bereich, hast du ja eigentlich hier noch viel mehr Platz, so ne? Das ist ja wirklich der schmalste Punkt. Effektiv zum Liegen hast du viel, viel mehr Platz halt, weil du ja überall mit den Armen und so mehr Platz hast, das fühlt sich ja fast wie ein Familienbett. Ja. Man könnte ja auch, wenn man wollte, da noch was dran dran, dass man das ausklappt und dann hätte man da noch viel mehr Platz und dann kann man hier zu viert schlafen. Ja. Nee. Zu spät mit dem Kleinen reicht völlig aus. Das war halt die Entscheidung, vor der ich damals stand. Oh, ist das hell. Ob Docker oder, Quatsch, ob Küche oder Liegefläche an sich und ich würde den Docker auch immer wieder so ausbauen, was das angeht. Wenn es halt um maximalen Schlafplatz geht, vor allem wenn du so einen Kleinen noch mit dabei hast. Der schläft bei uns zu Hause auch einfach mit im Bett, der hat ja kein extra Babybett oder irgend sowas. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber wir empfinden das als nicht gut, das Kind irgendwie separat hinzulegen, weil das ist so schön, mit dem zusammen in dem Bett zu schlafen und von daher brauchen wir kein Babybettchen und sowas und das reicht dann zu, ne? Also du kannst in dem Caddy, kannst du zu zweit mit so einem Baby, also das weiß ich jetzt schon, wo wir noch nicht drin geschlafen, das wird problemlos gehen einfach, ne? Weil hier ist einfach mal eben so viel Space drin, dieses Raumgefühl ist ja so gigantisch halt, weil ja auch noch nichts reingebaut ist oben und mit der Rotlichtlichterkette ist sowieso alles gerettet, da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, ne? Also das ist ein Beziehungsretter. Vor allem ist das der beste Ausbau, wenn die Sitze drin bleiben müssen. Ja, ganz genau, du kannst halt deine fünf Sitzplätze halt ganz normal weiter nutzen und die Aufbauzeit war wirklich, also wenn man das zack, zack, zack macht, jeder seine Aufgaben kennt, bist du in unter fünf Minuten fertig mit dem Aufbauen und du kannst zum Abendprogramm übergehen und stehst total unauffällig hier rum. Also das ist, ich bin so froh, ich habe mich heute auf der ganzen Fahrt auch schon so gefreut, dass wir nicht dieses scheiß Anhängerprojekt gemacht haben und dass wir nicht ein Dachzelt geholt haben, sondern dass wir einfach geguckt haben, das ging natürlich nur, weil wir eh schon zwei Hochdachkombis da hatten, sie hatte schon den Caddy, ich hatte schon den Docker, dass wir die Ressourcen so kombiniert haben und das halt so nutzen, ne? Beste Entscheidung einfach. Ja, ja, ja. Ich meine, Dachzelt wäre praktisch, wenn man dann unter Umständen mit einem Auto fahren kann, aber auch das wäre krass mit, wo machst du dann das mit Gepäck und bla, das wäre schon... Ja, stell dir mal vor, jetzt hier auf dem Platz ein Dachzelt aufbauen, morgen, wenn es hell ist, dann bist du sowas von auffällig, wenn die Leute herkommen, das ist ein unangenehmes Gefühl. Wenn es Sturm, Regen und was weiß ich da kommt, hast du ein Problem, das ist total Und das aufbauen auch bei Regen. Ja, das geht nicht so schnell. Das ist eigentlich so ein Hartzschalenzelt, das ist viel teurer, du hast einen riesen Windwiderstand, das Auto ist total entstellt, die meisten Autos sind mit Dachzelt komplett entstellt, im zugeklappten Zustand, also ich bin einfach ein absoluter Freund von in dieser, im Fahrzeug an sich schlafen, das hat aus meiner Perspektive nur Vorteile. Das ist herrlich, wie der Kleine das Rotlicht beobachtet. Der mag Rotlicht, das ist mein Sohn, Rotlichts Beste. Vaterschafts-Sest-Proof, der mag Rotlicht. Definitiv. So Freunde, wir sehen uns morgen früh. Krea-Bernstag, tschüss. Heute sei ein ganz lieber Junge. Ja Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen, nicht so lange, aber sehr gut geschlafen. Und der Kleine war so lieb die Nacht, hat uns ganz toll schlafen lassen. Das war echt lieb von dir, kleinen Krea-Bernd. Ja, jetzt werden wir mal gucken. Dann machen wir so langsam unser... Was machst du denn? Jetzt werden wir langsam unser Zeug mal raffen. Wie spät ist das eigentlich? Um 11. Nee, um 10. Naja, wir sind gestern bald auch spät angekommen. Wettertechnisch sieht es ja so aus, dass es gerade ein bisschen regnet. Was uns echt ganz recht ist. Und das sind doch nur so 15 Grad gewesen, wo wir gestern angekommen sind. Und ja, es wird aber auf jeden Fall noch wärmer werden. Das ist ja gerade so eine Riesendürre in Spanien. Ich bin gespannt, wie das dann in den Autos wird. Aber das ist wirklich so ein schöner, ruhiger Platz, den die Melkai herausgesucht hat. Ein Träumchen, so stellt man sich das vor. Die war auch Krieger-Bernd. So, jetzt haben wir alles schön zurückgebaut. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich habe leider die Bialetti vergessen, also wird es wieder Krümel-Kaffee tun müssen. So, jetzt werden wir hier erstmal alle ein bisschen arbeiten. Milka drüben, ich hier. Ich kriege gleich den kleinen Poppast hier. Da drüben ist schon wieder Streit. Ich hätte doch nicht gedacht, dass es erstmal zu kalt ist. Ich hätte gedacht, wir schwitzen dunst dumm und dämlich. Aber das Leid, was die Hitze angeht, wird spätestens in Spanien kommen. Da ist ja gerade irgendwie so ein Hitzerekord, eine Dürre, tausendjährige Dürre oder irgend sowas. Und Marokko wird eh, denke ich mal, auch relativ warm. Also bin gespannt, wie das die Technik auch mitmacht bei der Hitze, wie die Menschen das mitmachen bei der Hitze. Das wird spannend. Ah ja. Milka Bernd lernt gerade, wie man einen Gaskocher benutzt. Oh, halt die Klappe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tja, das ist das halt mit Städtern, ne? Die sind jetzt mit dem Gaskocher überfordert. Ach, Städter. Pass auf gleich. Guck mal, Milka Bernd, ich könnte dir sogar hier einen Urknoll-Würstchen-Sender anbieten. Was sagst du denn dazu? Berg war so, oder? Einmalstudio. Okay, ja, Björn, was sagst du eigentlich dazu, du Vogel? Was sagst du dazu? Guck in diese Bläde. Ja, du lächelst. Du Süßer. Ja, Freunde, an dieser Stelle ist das Video beendet. Wir sind jetzt hier gerade in einem Hotel. Es ist jetzt quasi schon deutlich später, was die Zeitschleife von dieser Reise angeht. Genau, an dieser Stelle, wo das Video jetzt aufgehört hat, da ist unser Stream-Marathon gestartet. Ich hatte mit ein paar Tagen gerechnet, da lief aber irgendwie 24 Tage insgesamt, bis wir dann gebannt wurden auf Twitch. Total krass. Das war wirklich ein krasses Erlebnis. Davon gibt es natürlich jetzt keine YouTube-Videos von dieser Zeit. Ich werde allerdings einen Zusammenschnitt machen von diesem Stream, möglichst kurz. Das wird aber Wochen dauern. Das sind 500 Stunden Videomaterial, die ich da sichten muss und Sachen rausschneiden muss. Über fast einen Terabyte Daten. Das ist unglaublich viel. Und ja, es geht dann für euch hier in dieser Videoserie mit dem nächsten Video weiter, wo wir den Docker geschrottet haben und wie der repariert wurde und so weiter. Und das dann quasi jetzt hier schon in Marokko. Wie gesagt, wir sind im Hotel ein bisschen zu arbeiten und uns zu erholen von dem Stream. Und ja, der kleine Kriaband ist gerade etwas grumpy, der dicke Sack. Und ja, damit verabschieden wir uns hier von diesem Video und ja, würde uns freuen, wenn ihr uns weiter begleidet. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, aber tschüss. Tschüssi? Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020